Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Greedfall. Ja, wir sind jetzt auf der Suche nach einem... Wie komme ich da jetzt hin? Wahrscheinlich einfach hier hoch. Ah, da sind sie schon. Hallo! Ich versuche nie zu überzahlen. Ich bin ready Leute, was ist los mit euch? Ach so, weil ich ihn jetzt auch wieder verfolgen muss. Muss ich ihn jetzt auch wieder vor Monstern und so beschützen? Was ist hier drüben? Let's stay on. Immer. Selbst wenn ich nicht, das wird ein Verzweck sein. Es ist hier. Ich werde meine comrades wissen, dass wir hier sind, damit sie uns passen. Das war okay. Ich dachte jetzt gerade, das war das Zeichen. Wo ist er denn? Ach da. Entschuldigung. Ich musste die Leiter hochklettern. Ich bin doch in ihrer Nähe, Mensch. Da sind schon wieder solche Kreaturen. Hallo? Jetzt ist er runtergefallen. Warum will er denn auch da lang? Hä? Was ist denn los mit dem? Jetzt geh doch! Was soll das? Geht doch! Mein Gott, ey! Hängt der da? Ja, jetzt ist aber doch mal gut hier, oder? Da ist irgendwo ein Lagerfeuer. Ich kann mit ihm nicht sprechen. Hm? Ach, weil es noch war. Was ist denn mit dem Dingerns los? Äh. Lass mal gucken, wo sie sind. Das ist unser Hauptkampf. Das ist, warum ihr uns unseren Mann findet. Ich hoffe, ich bin nicht falsch, dich hier zu führen. Und dass du nicht ein Traitor bist. Also hier ist das famous rebel-Kampf. Ich hoffe, ihre Lieder können uns mehr über diese Abduktionen erzählen. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Meine Jüde, ne. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich das mit dem Admiral auch machen soll noch. Lass mal gucken, wie weit uns diese Quest hier führt. Da ist... Von einem Soldaten verfasste Nachricht. Wenn ihr das lesen könnt, müsst ihr vom Kontinent stammen. Mein Hauptmann befahl mir, eine Truhe zu verstecken, kurz bevor wir das Rebellenlager von Dynorset angegriffen haben. Leider ist unser Angriff fehlgeschlagen und wir wurden in einem Verlies eingesperrt. Und jetzt werden wir sicherlich sterben. Ich flehe euch an. Findet die Truhe, die wir vor diesem Wilden versteckt haben. Die Truhe liegt hinter einigen Büschen in der Nähe des großen Wasserpfalz und ich habe es geschafft, ihren Schlüssel in einen Heuhaufen in der Nähe des Lazarets zu verstecken. Okay. Hat jetzt keiner gesehen. Wer bist du und was machst du hier in Nähe des Zardes? Mein Name ist Desardes. Ich bin der Legate von der Merchant Congregation. Ich kam zu sprechen zu Ihnen über die Abduktionen und Ihren Fortschritte. Und wie hast du unser Camp gefunden? Ich habe einen von Ihren Fortschritte gebracht. Ich habe einen von Ihren Fortschritte gebracht. Ich werde dir sagen, was wir wissen. Dann wirst du verstehen, warum wir die Rebellen kämpfen müssen. Viele Jahre lang, Sinul Manawi begann. Rebellen die Rebellen verletzten und sie mit ihnen genommen haben. Wir haben sie nie wieder gesehen. Ich habe sie wieder gesehen. Sie waren entzündig oder so verletzten, dass sogar unser bester Donnegad nicht tun können. So wir counterattacken und verletzten einige ihrer Soldaten. Und wir lernen, dass sie unsere Leute zu einem Ort, das sie nennen, ein Laborator. Es ist dort, dass sie sie torture und sie töten. Sie haben über die Experten gesprochen. Experten? So das war die Grund für all diese Abduktionen. Aber was haben sie versucht, dass sie herausfinden? Sie versuchen, eine Lösung für die Malachor zu finden. Und ich glaube, dass sie bereit sind, dass sie eine Erlösung zu finden können. Wir haben die Laboratorie gefunden, aber es ist stark gegründet. Wir sind vorbereitet für Krieg. Äh, ja komm, wir können ihnen helfen, den Rebellen helfen. Oh Gott. Achso, die Söpfen müssen wir jetzt okay? Natürlich kämpfe ich mit denen. Achso, die Söpfen müssen wir jetzt okay? Natürlich kämpfe ich mit denen. Und da unten ist auch noch was? Huch! Er hat sich voll angeschossen. Die Söpfen, die Söpfen, die Söpfen. Ich frage den Gouverneur in Hikmet. Ähm. Oh, das wäre weit. Möchte ich ja gar nicht. Ich möchte zu dem Wasserfall wieder. Wie komme ich da nochmal hin? Ich glaube hier irgendwie. So, hier ist der Wasserfall, ne? Ja. 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 Ich war ja dann wieder da. Ja. 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 Aber Heuhaufen, Lazarett, da ist die Truhe. Ach ja, Heuhaufen, Lazarett, ach so, ja, der Lazarett. Woher soll ich denn wissen, was bei denen das Lazarett ist? Aber ich muss einfach nur einen Heuhaufen suchen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich will ja schon wissen, was in dieser Truhe drinne ist. So, Heuhaufen. Das ist keiner. Ist das auch kein Heuhaufen? Das ist auch kein Heuhaufen. Oh mein Gott, da sind noch mehr. Heuhaufen, Heuhaufen. Oh. Sollte mich mal öfter hier so umgucken, bei denen im Lager überall. Höhle der Heiler. Ah, Lazarett. Sollte brauche ich nur noch einen Heuhaufen. Da. Der vergessene Schlüssel. Wunderschön. Dann habe ich das auch. Dann kann ich jetzt zurück zur Truhe. Gut, dass ich das gerade gesehen habe, dass es hier so runter geht. Sonst wäre ich voll vorbeigelaufen. Man hätte mich dann wieder gewundert, dass ich das nicht finde. Dann machen wir die Truhe auf und danach reisen wir zu dem Hikmet-Gouverneur. Stellen den zur Rede, befreien die Leute. Und dann, ja, soll ich das mit der Lieferung noch machen? Ich denke, das mit der Lieferung könnte ich auch noch schnell abwickeln. Und dann, ja. Mich wundert es ja immer noch. Ach, gucke mal. Da sitzt einer. Da sitzt ein Skelett. Da ist einer mit dem Boot hingefahren auf diese kleine Insel. Ist da gestorben. Und lehnt an einem Fass. Detailreich, ne? Also Details haben sie echt schön gemacht. So. Schlüsselchen. Das kann ich nicht tragen. Kardinal. Vielleicht kann das ja hier Afra tragen. Achso. Afra. Ähm. So muss ich das machen. Kardinal. Achso, nee. Wäre auch schlecht. Boah. Okay, ich habe wesentlich bessere Klamotten als das, was da in dieser Truhe drin ist. Aber naja. Aber naja. Genau. Ich will da hin. Habe ich denn irgendwie jetzt mittlerweile... Was, was ich jetzt benutzen? 246. 400. Schwere Zwei-Hand-Waffen-Kraft. 4. Boah. Oh, aber den könnte ich hier. Ähm. Hm. Ring des göttlichen Zorns. 231. Achso, den habe ich jetzt hier gerade. Ja, dran. Meine Jüde, nee. Wo müssen wir denn da? Ach, wir müssen nach da oben wieder hin. Okay. Lady Dessade? What? Enough with the formalities, Excellency You owe me an explanation Did you order your troops to attack while I was negotiating under a white flag? I assure you that I have no idea what you are talking about I would never have placed your life in harm's way The alliance with the Congregation is crucial, and you know it Your suspicions are unfounded I'm sorry It is now clear that decisions are being made without my consent I'm going You mock me, Excellency I can't believe this matter slipped your vigilance Everything the Donea Exregau have told me has proven true Your men attacked and carried off natives I witnessed it According to what I've been told They are taken to a place where experiments are carried out Where they are tortured I... It is true that I knew of the existence of this laboratory The place is dedicated to research on the Malachor If a remedy is ever to be discovered, it will happen there But I assure you that I was not aware that natives were being taken there Allow me to doubt your sincerity, Excellency I intend to pay the place a visit, and see for myself what happens there Who directs the research? Our most brilliant Savant, the Doctor Asili Certainly his legend precedes him He is the master of your friend, the Professor Aphra Doctor Asili is no longer my master, and I regret that he ever was We should be off to Sade If this laboratory were what I think it is, the best course of action would be to burn it to the ground Gehen Dann dringen wir jetzt in das Labor ein Das wird ja jetzt... Na, 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 na Erstmal hier raus Nur wie dringen wir da jetzt am besten ein Erstmal hier weiter laufen Dann müsste ich jetzt hier irgendwo gleich Ach, knackt Die etwas zu rennen nach einem Geschäftsfragen. Wird das zugreiten lassen? Wie geil. Oh, starkes Wiederbelegungspulver. Aber ich will auch was kaufen. Vielleicht hat der ja das Wiederbelebungszeug, wenn er das auch herstellen kann. Großer Magie-Trank. Großer Heiltrank. Magie-Trank. Heiltrank, Munition. Ne, war da nicht. Ich muss jetzt zu diesem Doktor, aber der lässt mich doch hier nie rein. Das Thema hatten wir doch schon mal. Was? Sorry. Aber du wolltest es nicht anders. Hundi ist am Schlafen. Alles gut. Boah, wie schrecklich. Mein Gott, kein Wunder, dass der Typ... Ich geh mal kurz hier hoch. Oh. Und die anderen. WUTTEN, GRENADE! Okay, hier ist nichts. Wird aber sein können. Kann man hier auch runter? Es scheint doch gerade, ich habe etwas entdeckt. Die Höhlen. Oder die Höhle? Gut, ich muss jetzt eh hier lang. Ich brauche hier einen Zellenschlüssel. Na? Achso. Da steht A. Mitteilung an die Wachmisslabors. Ich weiß nicht, welcher von euch Schwachköpfen den Mechanismus, der zu den Tunneln führt, zerstört hat. Aber die Kosten für die Ersatzteile werden von seinem Lohn abgezogen. Der Arzt war außer sich, dass er ein Ersatzteil bestellen musste. Auch wenn er es wahrscheinlich schon erhalten hat, hoffe ich, dass ihr nach der Reparatur vorsichtiger sein werdet. Diese Mechanismen sind sehr empfindlich. Okay, die Tunneln. Die Tunneln. Die sind auf jeden Fall gefangen, ne? Hier gehen wir mal als erstes rein. Ja, von der anderen Seite. Okay. Sorry. Hier können wir... Dafür habe ich den Schlüssel anscheinend noch nicht. Gut. Watch out. Okay, das habe ich jetzt auch auf. Das sind jetzt die Tunnel. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ah, ich hätte jetzt auch hier raus so rumgehen können. Ah, ja, okay. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Alles klar. Ich muss erst mal hier gucken. Es ist ein bisschen verwirrend. Ich kann da irgendwas... Ich kann da raufklettern. Kann ich das denn jetzt hier öffnen? Ich habe doch irgendeinen Schlüssel. Habe ich doch. Oh, wo denn? Was ist das? Was ist das? Granade! Was ist das? ich habe doch irgendwas jetzt hier gibt ich habe doch vorhin irgendein schlüssel hochgehoben kann doch nie sein was war denn dieser schlüssel weil er sich jetzt hier noch weiter hier so rum ihren kann dafür habe ich jetzt den schlüssel gekriegt da hätte ich auch so meine güte nee da gibt es doch nicht wie soll ich denn die hier alle befreien wenn hier bin ich hier schlüssel nicht dazu habe ja ganz toll nein ich will nach unten ja ich habe es gibt gefangene da kann ich schon jetzt sagen pass auf ich kam von hier so und hier hatte ich doch einen schlüssel aufgehoben das war dieser wachschlüssel das hier sind die zellen und dann gibt es keinen anderen weg als hier lang zu gehen ich könnte jetzt hier hoch klettern und zapp und zapp es gibt definitiv gefangene aber ich weiß nicht wie ich die öffnen soll ich habe keinen chlüssel schlüssel es gibt Du bist nicht einer von ihnen. Bitte, wir rauskommen. Nords, was du hier machst? Diese Wissenschaftler haben uns geholfen und verabschiedet. Sie machten wir experimenten, machten wir potions, nehmen wir unsere Blut. Ich habe sie gesagt, dass sie wissen, wie wir die Malachor sind. Kein Sinn macht. Bitte, wir rauskommen. Okay, meine Lieben, ich muss jetzt aber Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.